Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich bin zu Thanksgiving wieder da. Sind meine Eltern hier? Sind bei uns. Man könnte sagen, das Leben in den Oranges ist beschaulich. Ich gehe aus. Wow, na du siehst sehr schick aus. Mom, er drückt mich nicht. Doch dann passierte etwas... ...unfassbares. Wow! Kathy. Mom? Oh mein Gott! Kathy. Ich muss brechen. Bitte. Du bist jetzt 24. Wir mögen uns sehr. Oh mein Gott. Du hast schon immer für Ärger gesorgt, Joris Fräulein. Dein Augenrollen kannst du dir sparen. Sorry, aber mach hier nicht auf strengen Vater. Das sieht gespielt aus. Dein Vater spielt dir nichts vor. Ich spiele doch nicht. Terry, unternimm was. Au! Mein Knirchel. Aua. Alles okay? Nein, überhaupt nicht. Können wir nicht einfach normal sein? Was ist denn normal? Ich kann das nicht. Das ist nicht meine Art. Terry, willst du? Komm, wir machen nebenan rum. Lass es uns tun. Und dann die Idee mit der Weihnachtskarte. Dankeschön. Ich fass es nicht. Ja! Mom und Dad haben sich getrennt. Warum sagt mir das niemand? Ich mach mir einen schönen Abend. Ich will mich auch mal ein bisschen amüsieren. Fröhliche Weihnachten! Das werden sie bestimmt. Halt auf, David! Hilfe! Ein Kugelschneemann! Dieses Leben ist schwer. Hör nicht auf die. Ahahaha! Ah!